Ich heisse Sie herzlich willkommen in unserem Restaurant Radstube Blasius. Mein Name ist Ursula Blasius und das ist mein Mann Peter. Auch ich lade Sie recht herzlich ein und zwar im Rundgang in unserem Hause die Radstube Blasius. Aber zuvor zeige ich Ihnen noch unseren schönen Bauerngarten. Der schöne Bauerngarten ist für alle die ihre Mittagspause oder den Abend bei einem guten Essen in netter Begleitung verbringen wollen. Übrigens für das gute Essen und für die Auswahl der gepflegten Getränke ist mein Mann zuständig. Er ist der Küchenchef und Mitglied bei der Chaine de Rottiseur und legt sein ganzes Augenmerk auf frische saisonale Zutaten aus der Region. Und natürlich wird alles frisch zubereitet. Ob zum Essen im kleinen Kreis, zum Familienfest, beim Geschäftsessen, lassen Sie sich in der gemütlichen Atmosphäre unseres Restaurants zuvorkommend, herzlich und engagiert umsorgen. Die Radstube Blasius im Herzen der Merziger Altstadt bietet Ihnen neben der hohen gastronomischen Qualität auch den Komfort unserer ruhigen Gästezimmer. Ob nach einem erlebnisreichen Urlaubs- oder Arbeitstag, hier dürfen Sie sich wohlfühlen. Besuchen Sie uns und genießen Sie als Gast unser Haus. Ich freue mich auf Sie. Dem schließe ich mich an. Ich freue mich, Sie bald hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, Sie bald hier begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, Sie bald hier begrüßen zu dürfen.